Da kommt klar Leute die sonst nie was arbeiten, dann kommst du nach vorne hin und schwitzen. Ich dachte du hast das alles verdrunken und verkifft, aber du bist da, das ist doch scheiße, geil. Wie als hättem wir gemäßene vorher, Steckdose, dass man das zusammenstecken kann und wieder zusammen auseinander. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch auf dem diesjährigen Woodstock-Festival in Rietstadt-Leheim. Wir kommen aus Augsburg, aus Bayern, nicht aus Nordrhein-Westfalen, so wie es auf dem Woodstock-Flyer steht, aber wir sind wahnsinnig froh, dass wir hier sein dürfen. Wir machen eine bunte Mischung aus allem dem was Spaß macht, Rock, Hip-Hop, Metal, wird auf jeden Fall ein schönes buntes Programm. Wie geht's euch? Ganz gut. Sehr gut. Um ehrlich zu sagen, ganz hervorragend. Wir sitzen hier ganz gechillt auf dieser schönen Wiese, schauen uns die nächste Band und ihren Soundcheck an und warten darauf, dass es ordentlich kracht gleich. Wisst ihr, wie die nächste Band heißt? Äh, äh, Suizidbischle? Wer spielt die schon? Nein, das ist die Hänger-Band. Wir sind konsequent erfolglos und wir stehen dazu. Wir machen immer weiter und wir geben keine Ruhe. Wir sind konsequent erfolglos und wir stehen dazu. Hänger-Band aus Mainz, den haben wir grad gesehen. Hänger-Band. Na, wund, na wund, na wund. Zufrieden? Ja, wunderbar. Also geiles Festival, die Leute sind geil drauf. Hier gibt's sogar Kameramänner im Backstage, also was will man mehr? Wir hatten sogar eine Hüpfburg. Ja. Das kommt bei uns im nächsten Vertrag auf die Must-Have-Liste. Also ohne Hüpfburg spielen wir nicht mehr. Hänger-Band künftig nur noch mit Hüpfburg. Habt ihr gesehen, wie brav die Literisten sich vorher die Schuhe ausgezogen haben? Das ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll. Schuhe ausziehen auf der Hüpfburg. Hänger-Band aus Mainz, Punk'n'Roll. Wir begrüßen unser Backstage-Catering. Nein, er erwischt mich beim Essen. Was habt ihr denn hier Leckeres? Ah, wir haben hier ein wunderschönes Guten-Curry. Wir haben hier ein wunderschönes Kartoffelgulasch und Reis. Ja, seit heute Morgen am Start. Bis 12 Uhr gibt's vorher auch was zu essen. Hoffentlich reicht's so lange. Der Herr, komm mal her, trau dich. Trägt ein Hightech-T-Shirt. Was ist denn Hightech eigentlich? Das ist eine Firma, wir verleihen Pizza und andere Speisen auf Dry-Hire. Der Herr ist bei der Sound-Firma, die uns hier den Sound macht und die Bühnen stellt. Und die machen das ziemlich geil. Und der Herr, der wird auch noch ein bisschen besoffener und lockerer. Gebt mir fünf Minuten. Das ist unser Tontechniker, der Jörg. Hallo! Jörg, wie läuft's? Grundstimmung? Ok, soweit ganz gut. Der erste Bier hat gezählt. Ok, der Herr, der hat schon ein bisschen was getrunken oder auch nicht. Jedenfalls hat er hier echt einen ziemlich geilen Sound hingelegt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Bands hier mega viel Spaß hatten auf der Bühne und die Leute vor der Bühne auch. Jörg Lenz, Festival Rhein-Main. Danke! Ja. 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 Ich denke, es war großartig. Der Sonntag ist wirklich großartig. Wir sahen, dass es heute regnet wird, aber es war neben uns das Wetter. Vielen Dank. Danke, Busca the Festival.